Also machen Sie sich einmal bewusst, es gibt weder Glück, noch Pech, noch Zufall. Es gibt nur Ursache und Wirkung. Und alles, was wir erleben, wirklich alles, ist eine Wirkung. Und dieser Wirkung muss eine entsprechende Ursache vorausgegangen sein. Und indem Sie das erkennen, können Sie jederzeit eine gewünschte Ursache setzen und Sie können alles erreichen, was Sie wollen. Machen Sie sich auch bewusst, jeder Gedanke, jedes Gefühl, jede Überzeugung und jede Handlung ist eine Ursache und kehrt zu Ihnen zurück als entsprechende Wirkung. Das Leben hat keine Möglichkeit, nichts oder etwas anderes erfolgen zu lassen, als genau das, was der von Ihnen gesetzten Ursache entspricht. Also auch der Zufall gehorcht im Gesetz von Ursache und Wirkung. Und jeder erntet nur das, was er zuvor gesät hat. Es gibt nichts außerhalb des Gesetzes und nichts geschieht im Gegensatz zu Ihnen. Aber das Gesetz hat keine Entscheidungsfreiheit. Dadurch aber haben Sie die Möglichkeit, alles von einem Augenblick zum anderen zu ändern, einfach indem Sie eine andere Ursache setzen. Und dem Gesetz von Ursache und Wirkung ist es vollkommen egal, wie Ihre Umstände derzeit sind. Ob der Verstand Ihnen sagt, Sie sind in einer schwierigen oder gar aussichtslosen Situation. Das sagt ja nur, dass der Verstand dafür keine Lösung sieht. Das Gesetz von Ursache und Wirkung aber wartet nur auf Ihre Entscheidung. Und indem Sie eine andere Ursache setzen, entsteht eine ganz andere Realität. Das ist so, wie wenn Sie in einen dunklen Raum kommen, da ist es ohne jede Bedeutung, wie lange es in diesem Raum schon dunkel ist. Es kann schon 20 Jahre da dunkel sein und Sie können sich schon oft gestoßen haben da drin. Und es ist auch völlig gleichgültig, wie dunkel es darin ist. Wenn Sie Licht machen, ist die Dunkelheit vorbei und es ist hell. Genauso ist es, wenn Sie eine andere Ursache setzen. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, alles von einem Augenblick zum anderen zu ändern.